Heute zeige ich euch wie ihr einen Armustance-Rabber baut. Servus Leute und willkommen zu einem neuen Tutorial auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch wie ihr einen Armustance-Rabber baut und ich würde sagen los geht's. Beginnen wir indem wir vier Blöcke hintereinander auf den Boden platzieren. Auf die ersten drei Blöcke kommt jeweils Redstone drauf. Hier gehen wir nochmal einen nach oben, bauen hier einen Redstone-Torch drauf. Hier bauen wir einen Piston drauf. Na er muss nach oben gucken. Hier über diese Fackel platzieren wir einen Obsidian-Block. Und dann platzieren wir hier einmal Redstone drauf. Hier einen Redstone-Block drauf. Jetzt müssen wir hier vier solche Slabs platzieren. Indem wir immer dieses so abwechselnd drauf bauen. Hier immer Redstone drauf setzen. Und das Ganze insgesamt vier Stück, also zwei auf jeder Seite. Dann setzen wir hier und hier einen Block und hier einen Block. Bauen die unteren zwei wieder weg. Bauen hier zwei in die Höhe, machen die mittleren wieder weg. Bauen hier nochmal eins zur Seite. Dann platzieren wir hier eine Trapdoor, hier eine Trapdoor und hier oben einen Knopf darauf. Dann kommt jetzt hier ein Redstone-Block und hier einen Piston, der nach unten zeigt. Außerdem hier einen Piston, der nach unten zeigt und einen Redstone-Block. Dann ist das Ganze auch schon fertig. Und zwar... Ach ne, einen Moment, hier muss ein Slime-Block hin. Kein Redstone-Block. Entschuldigung. Ja, jetzt ist das Ganze fertig. Ich kann mal F5 gehen, mal den Knopf betätigen. Und wie ihr seht, bewegt sich da was. Und jetzt müssen wir nur noch die Armour-Stands nehmen. Hier her platzieren. Sneaken. Rechtsklick auf die Trapdoor. Jetzt können wir uns die Rüstung nehmen. Natürlich müssten wir die davor erstmal in der Hotbar haben. Dann ziehen wir den Rüstungsständer an. Wenn wir das gemacht haben, können wir hier einmal auf den Knopf drücken. Dann geht der Rüstungsständer nach unten. Dann können wir den nächsten Rüstungsständer hier drauf platzieren. Dann können wir die nächste Rüstung nehmen. Und ja, wenn wir das gemacht haben, können wir nochmal auf den Knopf drücken. Dann kommt die erste Rüstung wieder hoch. Und das Ganze sieht dann so aus. Und zwar haben wir jetzt hier oben unsere Diamant-Rüstung. Dann würde als nächstes jetzt die Eisen-Rüstung mit der Lederhose kommen. Und dann die Gold-Kettenhemd-Rüstung. Und immer wenn wir hier drücken, wird hier ein Signal quasi nacheinander ausgelöst. Der Pisten aktiviert den Pisten. Das aktiviert den Pisten und der. Dann werden hier die Trapdoors aktiviert und gleichzeitig auch der Pisten. Dieser schleudert dann den unteren Armour-Stand nach oben. Dabei werden aber auch die Trapdoors geöffnet. Dadurch fallen die einmal nach unten. Das Ganze ist so schnell, dass es quasi immer nur einmal nach unten fällt und einer ganz nach oben geschossen wird. Dann ist das Ganze auch schon wieder fertig. Ja Leute, das war es wieder für dieses Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen und natürlich auch geholfen. Ja, ich würde mich natürlich selber eine kleine Bewertung freuen. Und damit ihr auch dieses nächste Tutorial ja nicht verpasst, könnt ihr mich auch gerne kostenlos abonnieren. Und da drückt ihr am besten noch die Glocke an. Dann verpasst ihr nämlich den Aufzug, den ich im nächsten Tutorial bauen werde, nicht. Und ja, bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal Leute. Ciao. Bis zum nächsten Mal.